So, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich begrüße euch recht herzlich heute zum Ostermarsch Mainz-Wiesbaden. Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt. Seit Jahren beteiligt sich Deutschland mit zunehmender Intensität an Kriegen in aller Welt. Nirgends hat dies zur Befriedung der jeweiligen Konflikte geführt. Die Bundeswehr wird in erster Linie zur Durchsetzung und Sicherung wirtschaftlicher und machtpolitischer Interessen eingesetzt. Deutschland ist Europameister bei den Rüstungsexporten. Zu den Empfängern deutscher Waffen, Rüstungsgüter und Lizenzen zählen wie selbstverständlich Diktaturen und autoritäre Regime. Der überwiegende Teil der Rüstungsexporte wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn hier in der Nähe beschieden. 98% der Anträge für Rüstungsexporte werden genehmigt. Das zeigt, dass nicht die Bundesregierung die Politik bestimmt, sondern die Unternehmen. Über als problematisch geltende Rüstungsexporte befindet der Bundessicherheitsrat unter Führung der Kanzlerin. Und zwar geheim, ohne Mitwirkung von Parlament und Öffentlichkeit. Offiziell spielt bei diesen Entscheidungen die Beachtung der Menschenrechte im jeweiligen Empfängerland eine große Rolle. Aber in der Praxis hat dieser Grundsatz immer weniger Gewicht. Das wurde deutlich durch die skandalöse Entscheidung, über 200 Leopardpanzern Saudi-Arabien zu liefern. Dabei verfügt der Leopard 2 A7 Plus über eine in Anführungszeichen Schnittstelle zum Anbringen von Anbaugeräten. Was so harmlos klingt, bedeutet nichts anderes als die mögliche Montage eines Räumschildes, mit dem beispielsweise Barrikaden beseitigt werden können. Mit diesen Panzern könnte das Regime Blockaden von Widerständlern wegräumen, Demonstrationen der Demokratiebewegung plattwalzen oder missliebige Menschen erschießen. Am schlimmsten sind aber die Lizenzvergaben, mit deren Hilfe das Land Afrika mit Waffen vollpumpt. Schon zweimal hat Saudi-Arabien Lizenzen für Sturmgewehre von Heckler und Koch erhalten. Unternehmen in unserer Nähe, wie Utimaco in Oberursel und Artis Systems in Bad Homburg, liefern Systeme zur Internetkontrolle, mit denen Datenüberwachung, etwa via Skype, gezielt blockiert und Web-Sessions überwacht werden können. Und wenn wir schon bei den Tätern vor unserer Haustür sind, Jeden Herbst findet in Frankfurt die Airtek-Messe statt, auf der unbemannte Drohnen feilgeboten werden. In der Bevölkerung gibt es eine klare Mehrheit gegen Waffenhandel. 73% der Beschäftigten sprachen sich gegen den Export der 200 Leopardpanzer nach Saudi-Arabien aus. Mit der Aktion Aufschrei wollen wir dieser Mehrheit eine Stimme geben. Wir fordern die Aufnahme eines grundsätzlichen Exportverbots von Waffen- und Rüstungsgütern in diesen Grundgesetzartikel. Der sogenannte Kampf gegen den Terror lieferte im Jahr 2004 auch die Begründung für das von der Rot-Grün-Regierung auf den Weg gebrachte Luftsicherheitsgesetz. Bei den Demonstrationen gegen den G-8-Gipfel in Heiligendamm waren bereits Kampfflugzeuge und Spätpanzer im Einsatz. Auf Geheiß der Regierung Merkel, das Parlament wurde nicht gefragt. Mit den Notstandsgesetzen im Jahr 1968 wurde die Bundeswehr zum innenpolitischen Machtinstrument. In dem Artikel 99 Absatz 1 tritt der innere Notstand ein, bei Gefährdung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und nach § 87a kann die Bundesregierung Streitkräfte zur Unterstützung von Polizei und Bundespolizei beim Schutz von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständische einsetzen. Damit wurde das Trennungsgebot zwischen Polizei und Militär aufgeweicht. Inzwischen wurden die Bundeswehrstrukturen stark verändert für Aufgaben im Inneren. Seit 2007 wurden etwa 10.000 Stellen geschaffen bei der Bundeswehr, um die Einsätze im Inneren zu organisieren. Kein Zweifel, die Bundeswehr ist im Inneren präsent. Wir dürfen gewiss sein, der Bundeswehr auf unseren Demonstrationen häufiger zu begegnen. Mit all den Waffen, die vom Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahlerinnen von unserem Geld angeschafft worden sind. Wir sind die drücken Berger, wir machen Ärger in diesem Land. Die Bundeswehr, die muss jetzt her. Die alten Nazis auf ihren Posten, wer keine Arbeit hat, kriegt ein Gewehr. Die Jungen können ruhig das Leben kosten. Doch wie gesagt, im Pepora-Hand, da sagten viele ohne mich. Deutsche Waffen, deutsches Geld, moden mit den aller Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, moden mit den aller Welt. In Zeiten massiver Rüstungsexporte bedeutet Krieg nicht nur, selbst Bomben abzuwerfen oder die eigene Armee im Einsatz zu haben, sondern auch Rüstungsgüter zu entwickeln und an die Krisenherde dieser Welt zu verkaufen. Weitgehend unbekannt ist, dass die deutschen Hochschulen dazu einen wichtigen Beitrag liefern. Es ist sicher kein Zufall, dass Militärforschung im Geheimen betrieben wird. Denn in der deutschen Öffentlichkeit gibt es zum Glück immer noch große Vorbehalte gegen die Einbindung von zivilen Institutionen ins Kriegsgeschäft. Doch in welchen Bereichen findet überhaupt Rüstungsforschung statt? Es wäre falsch zu glauben, die Hochschulen würden sich auf die Entwicklung von Drohnen, Überwachungssatelliten oder Panzerungen beschränken. Es sind längst nicht nur die Natur- und Ingenieurswissenschaften, die für den Krieg forschen. In der Pharmazie und Medizin wird weiter versucht, den Soldaten zur Maschine zu trimmen. In den Sozialwissenschaften wird Kriegslegitimierung betrieben und darüber hinaus Strategien ausgearbeitet, wie der Bevölkerung in Afghanistan von der Richtigkeit der Stationierung ausländischer Soldatinnen überzeugt werden kann. Das alles ist bereits passiert und es passiert weiter. Doch es gibt auch Widerstand gegen diese Entwicklung. Seit vier Jahren gibt es studentische Initiativen, Gewerkschaften sowie Friedens- und Wissenschaftsorganisationen, die sich sowohl lokal als auch bundesweit für die Einführung von Zivilklauseln an Hochschulen einsetzen. Sie fordern Hochschulen auch, ausschließlich für friedliche und zivile Zwecke zu forschen und zu lehren. Aber es bleibt nicht bei der Aufforderung. In Karlsruhe, Köln und Frankfurt und zuletzt im letzten Jahr, im Januar, in Frankfurter Main, wurden an den Universitäten U-Abstimmungen durchgeführt, bei denen alle Studierenden ihr Votum für oder gegen eine Zivilklausel an ihrer Universität abgeben konnten. Bei allen drei Abstimmungen sprach sich eine große Mehrheit für die Einführung einer solchen Zivilklausel aus. Geht es nach dem Willen der herrschenden imperialistischen Regierungen? Wird nicht abgerüstet, sondern aufgerüstet. Wir sagen, wir brauchen keine Atomwaffen und Drohnen. Wir brauchen Friedenspolitik statt Kriegspolitik. Wir fordern die Abschaffung aller Atomwaffen. Ja, wir sind die Deutsche Berger. Wir machen Erde in diesem Land. Weil wir die Freiheit lieben, stecken wir den Kopf nicht mehr in den Satz. Wenn die Freiheit ist, braucht keine staatliche Prüfung. Und sie geht auch nicht in die Preserne rein. Jungs, da guckt das. Der Krieg ist das mutzigste Geschäft. Dafür wollen wir kein Kanonentotter sein. Oh nein! So, danke Klaus und deiner Tochter. Bis zum nächsten Mal.